Mein Name ist Maximilian Kinnertäter, ich bin Anlagenleiter der Petrochemie in Burghausen. Es ist auch eine der Hauptaufgaben letztendlich von uns, dass wir diesen Shutdown selbstverständlich mit den Kunden entsprechend abstimmen, eine gemeinsame Shutdown-Planung durchführen, einen Lieferplan, selbstverständlich abstimmen mit den Kunden und zusammen mit den Kunden auch den Shutdown vorbereiten, planen und durchführen. Meine kleine Tochter fragt, Papa, was ist denn eigentlich ein Shutdown? Da würde ich zu meiner kleinen Tochter sagen, wir würden, liebe Kathi, wir stellen die komplette Anlage in Burghausen ab, schicken die Anlage zum TÜV. Der TÜV dauert etwa vier bis sechs Wochen. Während dieser Zeit wird die Anlage gereinigt, repariert, inspiziert, geprüft. Und wenn die Anlage soweit wieder fertig ist, wenn der TÜV sagt, okay, wir sind jetzt fertig, dann werden wir die Anlage wieder in Betrieb nehmen. Wir haben gleichzeitig neben der Vorbereitung eine laufende Anlage draus. Das heißt, wir produzieren jetzt noch. Wir haben als dritte Baustelle das Butta-DM-Projekt und andere Kleinprojekte. Und die große Herausforderung ist, diese drei Bälle permanent in der Luft zu halten. Bei uns in der Produktion, bei uns in der Petrochemie, arbeiten knapp 100 Leute. Der Großteil der Mannschaft, der arbeitet auf Schicht. Die Schicht ist etwa 18 Mann stark. Wir haben fünf Schichten. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise eine Frühschicht da ist, dann arbeitet ein Teil der Mannschaft in der Messwarte, ein Teil draußen in den Anlagen und ein Teil arbeitet auf Tagdienst. Das ist erst der zweite Shutdown. Das ist letztendlich der Irrglaube in der Bevölkerung. Eine brennende Fackel, die OMV hat ein Problem. Das ist allerdings nicht so. Man muss wissen, die Fackeleinrichtung ist ein Sicherheitssystem, eine Sicherheitseinrichtung. Das heißt, man nutzt dieses Fackelsystem, um gezielt Kohlenwasserstoffe sicher und gefahrlos dort an dieser Einrichtung zu verbrennen. Ein großer Projekt, wo man sagt, jetzt ist es vorbei, der stellt sich jetzt nicht unbedingt mit dem Tag X ein. Selbstverständlich sage ich jetzt einmal, nach diesen Etappen darf man sich durchaus einmal freuen und darf man durchaus einmal durchatmen und vielleicht den einen oder anderen Tag Urlaub machen. Aber es geht nahtlos letztendlich dann weiter. Das ist das, was ich jetzt nicht so.